Musik Bitte bleiben, wie wenn wir bleiben Du wirst sehen, das tut ein Gut Wie sie Sorgen ein Vertrieben Es gibt einem Kraft und Nivegut Soll es bleiben, wie möcht ich sie Musik 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 Im Jahre 1467 ging der selige Bruder Klaus von Frau und Kindern weg in die Wildnis und diente Gott während 19 1,5 Jahren ohne leibliche Speise Er ist am St. Benediktstag im Jahre 1487 gestorben Musik Auf diesem 1518 neu gestalteten Grabstein finden wir die drei Fakten, die uns am Leben von Bruder Klaus am stärksten beeindrucken aber auch befremden Musik Das Verlassen von Frau und Kindern Das Leben in der Abgeschiedenheit und der 19 ein halbjährige Verzicht von Speise und Trank Musik Musik Von seiner besonderen Berufung wusste Niklaus von Flü schon früh So erzählte er später, dass er als 16-Jähriger einen hohen, schönen Turm an der Stelle gesehen habe, wo jetzt sein Häuslein und die Kapelle im Rand stehen Musik Darum sei er von Jugend an stets gewillt gewesen ein einig Wesen zu suchen wie er es auch getan habe Musik Das bedeutet mit sich den Menschen und mit Gott ganz im Reinen zu sein Musik Vor allem aber immer mehr erfüllt zu werden von der Gnade Gottes Musik Musik Obwohl er um seinen außerordnenden Weg als Mann Gottes wusste entschied sich Niklaus von Flü Zunächst doch für ein weltliches Leben und für Ehe und Familie Musik Fehlte Niklaus von Flü einfach der Mut den entscheidenden Schritt zu wagen seiner besonderen Berufung zu folgen oder fühlte er sich dafür noch nicht bereit Jedenfalls war Niklaus von Flü bereit den Erwartungen der Eltern und der Umgebung gemäß den üblichen weltlichen Weg zu gehen das heißt den Hof der Eltern zu übernehmen wie der Vater Vorsteher der Pfarrei Sachseln zu werden und damit als Richter und Politiker in den oberen Führungszirkel des Standes ob dem Wald aufzurücken Musik Über Dorothee seine Ehefrau haben wir weniger schriftliche Quellen als über Niklaus von Flü Insbesondere gab es damals auch noch keine Geburts- oder Sterberegister schon das allein schon deshalb die Kenntnisse einfach geringer sind Die älteste Erwähnung findet sich in der Beschreibung von Hans Waldheim einen deutschen Pilger der 1474 also zu Lebzeiten Niklaus von Flü besucht hat auch seine Frau kennenlernte und auch mit ihr wie wir seinem Text entnehmen können auf Augenhöhe gesprochen oder diskutiert hat Daraus abgeleitet ergeben sich und aus anderen biografischen Angaben können wir einigermassen schliessen dass sie etwa um 1432 auf die Welt kam und dank einer Quelle die zwar schon lange bekannt ist aber erst seit wir eigentlich gezielt nach Dorothee suchen auch so verstanden haben ist sie gemäss einem Register im Kloster Engelberg wird das aufbewagt ist sie um 1495 gestorben Wahrscheinlich stammte Dorothee Wies aus einer Bauernfamilie von der Schwendi bei Stalden in Obwald Als Dorothee und Niklaus von Flü heirateten war sie eine 14- bis 16-jährige Frau und er ungefähr 29 Jahre alt Damals behalten die Ehefrauen ihren Familiennamen Und eine Heirat das war eine Familienangelegenheit das waren die Familien welche die Ehepartner aussuchten und davon ist in der Regel auszugehen das Einverständnis der beiden eingeholt haben also man wurde in der Regel nicht gegen den eigenen Willen verheiratet Wie weit sich die beiden kannten das ist aus heutiger Sicht nicht mehr abzuschätzen und nachzuvollziehen Kannten sie sich gegenseitig so gut um auch die innerste Seelenlage zu verstehen die Antwort muss lauten nein Niklaus von Flü und Dorothee Wies waren als Ehepaar gefordert die Existenz der Familie zu sichern Wobei zur Familie auch ledige Angehörige und allenfalls weitere Verwandte gehören konnten Das ist eine Figur die erstellt wurde vom Bildhauer Thomas Bierweth der hier in der Gegend lebt und sie stellt Bruder Klaus und Dorothee dar Bruder Klaus ist als Lehrstelle dargestellt man sieht ihn also nicht er bietet Platz für alle Interpretationen der Betrachtenden Dorothea hingegen ist auf der Seite figürlich dargestellt aufgemalt auf der Figur genauso wie es vielleicht wirklich auch im Leben war Dorothea mit beiden Füssen fest auf dem Boden verankert Traditionell war der Mann für den Hof zuständig das heißt für die Vieh- und Ackerwirtschaft die Frau für das Haus und den Garten für einen prosperierenden Hof brauchte und braucht es beide tüchtige und zuverlässige Männer und Frauen der wirtschaftliche Aufstieg der Familie Flüe Wies war deshalb gewiss beider Arbeit zu verdanken die Hausaufgaben der Frauen trugen genauso zur Existenz der Familie bei wie die Arbeit und der Ertrag des Hofes dass Hausarbeit gratis ist oder einkommensmäßig nicht zählt existiert als Konzept erst seit der Zeit der Geldwirtschaft aber es war sicher für die junge 15-jährige Dorothea etwas Neues eine eigene Familie zu ernähren im Garten anzupflanzen die Lebensmittel zu konservieren wie wir es heute modern sagen also einzukochen, einzulegen, zu trocknen aber auch Kleider zu nähen weil in der damaligen Zeit die Bauern waren eigenständig man hat nicht eingekauft man hat für sich selbst geschaut Walter Nick meint die Ehe mit Bruder Klaus sei eine Heirat aus dem gesunden Verlangen nach einem ehelichen Leben gewesen und alles andere als eine Josefs Ehe welche die beiden miteinander führten die natürliche Sinnlichkeit des Niklaus von Flü zeigt sich in den 5 Söhnen und 5 Töchtern allerdings wissen wir nur von 6 dieser 10 Kinder mit Sicherheit den Namen es ist also denkbar und plausibel dass 4 Kinder schon früh verstorben sind oder im jugendlichen Alter jedenfalls wäre dies keine Ausnahme gewesen die beiden ältesten Söhne wurden beide Landermann also als Präsident des Kantons von Obwalden eine Ehre die der Vater ausgeschlagen hatte beide waren auch erfolgreiche Söldnerführer auch dies eine Karriere die der Vater nicht gesucht hatte beide waren Draufgänger und typisch für ihre Zeit der Renaissance die beiden ältesten Töchter heirateten nach Nidwalden da wo wahrscheinlich auch ihre Mutter herkam der jüngste Sohn also eigentlich der Sohn der den Vater nicht als Vater im eigenen Heim im eigenen Zuhause kennengelernt hatte wurde er Priester und starb aber relativ jung als Pfarrer von Sachseln und von einer weitere Tochter ist belegt die ebenfalls im Kanton Obwalden geheiratet hat über die Frauen wissen wir nicht was sie berufen also waren wahrscheinlich wie praktisch alle jener Zeit alle Frauen jener Zeit Hausfrauen und haben so beigetragen zum Wohlergehen ihrer Familien und des Heimend über den Ehemann und Familienvater Klaus von Flü berichtet Albrecht von Bohnstetten er ist nie ehebrüchig oder als Trinker vermerkt dieser Satz sagt wenig und doch viel aus denn der Verbrauch von Wein gegorenem Apfel und Birnensaft und ein Schnaps war sehr groß dass die Eidgenossen durstige Kehlen hatten blieb auch dem Ausland nicht verborgen Fair Swiss galt in Frankreich als Bezeichnung für das Saufen es sind mehr durch die Folgen des Rausches als durch das Schwert getötet worden klagt damals ein Abt in einer Fastenbrede Hans von Waldheim schreibt in seinem Tagebuch 1474 Dorothee sei eine junge Frau unter 40 Jahren mit einem hübschen glatten Fell also mit einer faltenlosen Haut aus heutiger Sicht ist sie zu jung geschätzt worden weil die Heirat war frühestens möglich mit etwa 14 Jahren und damit war sie bereits sicher älter und warum spricht das eher für eine gute Ehe ja weil letztlich eben das Zusammenleben uns auch prägt und je härter das Leben desto eher wird das auch sichtbar in körperlichen Merkmalen bis hin eben wie jemand auch aussieht und es spricht auch für eine gute Ehe dass sie mit ihm auf Augenhöhe spricht so wie er sich auch mit Niklaus von Flier unterhält und Hans Waldheim sein Tagebuch ist eine Fundgrube schöner Beobachtungen war einer der genau hingeschaut hat und der sich auch nicht scheute die Leute beim Namen die Dinge beim Namen zu fragen so hat er auch Dorothee genau befragt und er schreibt übrigens dass Niklaus von Flier spreche ein gutes Deutsch und da er bei Dorothee nichts schreibt nehme ich an dass das auch für sie galt und er als gebürtiger Sachse sprach bestimmt kein Schweizerdeutsch das heisst sie haben sich wahrscheinlich in einer Art Hochdeutsch jener Zeit verständigt das heisst die gemeinsame Schnittmenge und Sprache war gross genug um sich miteinander zu verständigen Im Juni 1984 betet Papst Johannes Paul II. vor dem Grab des heiligen Bruder Klaus in Sachsen Mein Herr und mein Gott dank deiner Führung wurde die Gemeinschaft der Ehe und Familie auf dem Flüeli zum Ort des Glaubens und des Gebets Dorothee und ihr Mann versuchten sicherlich ihre Kinder im Glauben zu erziehen Doch gelang dies nicht bei allen zehn Kindern mindestens beim ältesten Sohn Hans dem späteren Landarmann blieb das elterliche Vorbild ohne bleibenden Eindruck Das Verhältnis zwischen Niklaus von Flier und seinem ältesten Sohn war um es milde zu sagen nicht konfliktfrei einerseits hat der älteste Sohn kurz bevor Niklaus von Flier von zu Hause weg ging geheiratet und zwar die Tochter eines Landamanns damit ist er also in die oberste Führungsriege des Kantons Obwalden aufgestiegen das war ein gesellschaftlicher Aufstieg den der Vater möglich gemacht hatte auch mit dem materiellen Erfolg in der Familie aber es war natürlich auch ein Weg den Niklaus nicht gegangen war und er war auch ein erfolgreicher Söldnerführer dieser Hans von Flier er war ein Draufgänger und die Quellen überliefern dass als die Nachbarn fanden wir wollen Niklaus eine Kapelle bauen so wie es sein Wunsch ist und ein Hüsli daneben eine Zelle wie wir heute sagen fand die Familie wahrscheinlich der Sohn man möge damit noch zu warten um sicher zu sein dass er dann auch dabei bleibe wahrscheinlich hatte er Angst man müsste sonst dann die Bauten bezahlen wenn der Vater wieder heimkehrt daraus abzuleiten er hätte vom Glauben abgelassen finde ich jetzt ein bisschen hart es gibt wie wir alle wissen verschiedene Arten Gott zu dienen es gibt verschiedene Überzeugungen wie wir Gott am besten dienen und Niklaus von Flier denke ich hat ja auch für sich einen Freiraum veransprucht der seine Familie aufs Äusserste strapazierte also vielleicht wenn auch ungern hat er deshalb auch akzeptiert dass sein ältester Sohn und auch der zweitälteste Sohn einen Weg gingen der ihm persönlich nicht lag und den er persönlich nicht gegangen war aber der letztlich auch in der eigenen Verantwortung eines Menschen liegt mit bald 50 Jahren gerät Niklaus von Flü in eine schwere innere Krise dazu passt dass 1466 ein Sachsler namens Rudolf Zimmermann zum Landesstadthalter und ein Jahr später zum Landermann gewählt wurde diese Ehre wäre eigentlich Niklaus von Flü als Vorsteher der Gemeinde Sachslen zugestanden doch er lehnte eine solche Wahl gemäss seinen Freunden ab da eine solche Wahl nicht aus heiterem Himmel erfolgte sondern gemäss absehbaren Vakanzen relativ planbar war ist es auch plausibel dass er 1465 mit der Ablehnung der späteren Wahl zum Landermann ein auch sichtbares Zeichen setzte dass er der zivilen Karriere nichts mehr abgewinnen konnte ja ich denke dass er das Amt des Landermanns abgelehnt hat hat wahrscheinlich verschiedene Gründe einerseits einerseits hat er ja gespürt in dieser Zeit dass sein Leben einen Wandel eine Änderung nehmen wird dass er für anderes bestimmt ist dass sein Leben sich anders ausrichtet und in diesem Prozess drin war das wahrscheinlich auch ein Momentum wo er sagen muss das geht nicht ich kann das nicht alles unter einen Hut bringen zum Landermann gehört auch Ansehen gehört auch gewisses Machtpotenzial im Sinne von der Führung der Gremien und das wollte er vielleicht zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht da wollte er nicht teilhaben weil sein Leben in eine andere Richtung führte seine Frau Dorothee Wies war Niklas von Flü in dieser Zeit die wichtigste Vertraute die einzige welche um seine einsamen Stunden wusste und wo er war war seine Frau sie war die einzige die davon wusste wie oft und gerne er sich bereits damals in den Ralf zurückzog Dorothee hat bestimmt wie das Mütter auch heute tun und Väter sie hat vermittelt innerhalb der Familie innerhalb der Kinder und sie hat sich sicher in diesem Haus immer wieder mit Niklas und seiner Bestimmung auseinandergesetzt ich stelle mir wir wissen es nicht aber ich stelle mir vor es waren unendliche Gespräche aber auch unendlich lange Stunden des Schweigens dieses Loslassen das war schwierig und dieses Ja von Dorothee das Bruder Klaus ja dann immer als eine seiner Gnaden nannte dass Dorothee Ja sagte also dieses Haus das Wohnhaus ist voll dieses Geistes der beiden In einem schmerzhaften Prozess lernte Niklas von Flü von all dem zu lassen das ihn daran hinderte ganz mit sich selbst und damit mit Gott einig zu werden ich bin verheiratet ich habe einen Mann Kinder ich kann mir das gut vorstellen man sucht das Gespräch und der Partner sucht die Stille er entfernt sich ich vermute ich weiß nicht aber ich vermute es hat zuerst mit ihr gemacht was stimmt nicht was stimmt nicht in unserem Haus in unserer Beziehung liegt es an mir warum entfernt sich Dorothee hat es bestimmt gespürt bevor darüber gesprochen wurde damit er frei und offen für den göttlichen Willen wurde musste er frei von Eigenwillen frei von Eigennutz und frei von jeder besonders engen Bindung zu Mitmenschen werden von jeder Vorstellung jeder Erwartung musste er sich lösen aus diesem Grund verlässt er mit 50 Jahren alles was ihm bis dahin lieb und teuer war dass Niklas von Flöhe seine Familie und den Hof verlassen hat das kann ich nachvollziehen Verstehen ist etwas anderes aber nachvollziehen kann ich das jeder Mensch ist auf dem Weg und sucht sich den Weg der im Innersten entspricht und so kann ich es nachvollziehen Der Weggang von Niklas von Flöhe Der Weggang geschah ja nicht von heute auf morgen er selber spricht von einer zweijährigen Zeit einer Sinn- und Lebenskrise und sein zweiter Sohn hat in Zeugenaussagen die ein Jahr nach seinem Tod im Kirchenbuch von Sackzl niedergeschrieben wurden er selber hat in dieser Zeugenaussage einen eher rätselhaften Satz gesagt nämlich am Anfang seines Abbruchs als er ins Melchi mähen gehen wollte was heisst Abbruch also da fand ein Bruch in seinem Leben statt wir kennen, dass er von zu Hause weg ging aber wir wissen zum Beispiel nicht und eigentlich wurde das auch noch nie versucht näher zu verstehen hatte er bis zum letzten Tag seines Weggangs bei der Familie gewohnt oder ist eben dieser Rückzug ist der schon früher erfolgt und eben allmählich hat er sich gesteigert von daher war es eben auch für die Frau nicht eine Überraschung sondern sie hat gespürt, dass da etwas ist und im ältesten Theaterstück aus der Region wird sie so zitiert also seine Frau Dorothee sagt explizit oft habe ich mich geweigert dich freizugeben aber heute sage ich ja weil ich spüre, dass es dich zerreißt ich denke die Dorothee Wies seine Frau hat hier einen ganz entscheidenden Beitrag geleistet wenn die modern gedacht hätte, wie in unserer Zeit weiß nicht, ob sie ihn gehen lassen hätte oder vielleicht, ob sie ihn schon bald abserviert hätte heute sagt man abserviert ich glaube die modernen Frauen würden das nicht mitmachen über Jahre, was der Bruder Klaus immer wieder zum Beten immer wieder die Meditationen daheim ist die Arbeit liegen geblieben das hat sie und die Kinder wahrscheinlich nicht machen müssen die modernen Frauen würden halt sagen entweder oder entweder wirst du normal oder es geht nicht mehr und das ist für die damalige Zeit eine ganz ganz große Leistung dass sie dort das Jahr dazu geben hat dass er einfach in die Fremde gezogen ist weil sie denke ich einfach gesehen hat es geht nicht anders er hat den Ruf und er muss diesem Ruf folgen Papst Johannes Paul II. betet 1984 auch vor dem Grab des Heiligen Bruder Klaus Mein Herr und mein Gott Dank deiner gütigen Vorsehung fand Bruder Klaus in Dorothee eine verständige Gattin die mit ihm gerungen und gebetet hat um die Kraft deinem göttlichen Willen zu gehorchen Du hast Dorothee berufen anstelle ihres Gatten die Verantwortung für Familie Haus und Hof zu übernehmen damit der Weg des Heiligen frei werde für das Leben im Ranft frei für das Gebet frei für deinen Auftrag Frieden zu stiften Ich habe mich immer gefragt wie das wohl für eine Frau ist oder wie es für mich wäre wenn ich mit ganz vielen Kindern da stehe und mein Mann sagt er verlässt uns jetzt und er muss in die Einsamkeit gehen mich natürlich auch gefragt ob die Dorothee das unbedingt so freiwillig gemacht hat aber es scheint ja doch so zu sein dass sie die Entscheidung mitgetragen hat und gerade weil ich jetzt eben vor kurzem geheiratet habe ist es für mich so ein Symbol auch den anderen seinen Weg gehen zu lassen wohin der auch immer führt Eine sehr bewundernswerte Frau wenn ich das so überlege mit zehn Kindern das so zu schaffen dann auch ihren Mann freizugeben also mit höchster Bewunderung und Respekt weil ich ja selber Mutter von Kindern bin und das gut nachvollziehen kann wie da die Gefühlslagen oft sind als sie nun bemerkte wie ihr Mann etwas umtrieb auch eine Sehnsucht nach Ruhe eine Sehnsucht zum Zeit für das Gebet zum Gespräch mit Gott da machte sie das Beste daraus sie hat das so genommen und sie hat das Beste daraus gemacht ich glaube wir müssen uns das weniger psychologisch oder weniger pathetisch vorstellen als das heute vielfach der Fall ist und als wir uns heute denken was braucht es alles und so eine Ehe war ja immer nur ein Teil einer Gemeinschaft eines Familienbetriebes da gab es Kinder da gab es ledige Brüder möglicherweise ledige Schwestern es gab Großeltern und die Beziehung der Eheleute ist ein zentraler Punkt aber es ist nicht der einzige Punkt um glücklich zu sein und es ist auch nicht entscheidend für das Zusammenleben als Gemeinschaft War der Weggang von Niklaus von Flü vielleicht auch eine Befreiung für die Familie? Einen Gatten und Vater zu haben der sich immer mehr zurückzieht kaum noch einen gemeinsamen Tisch pflegt war für eine Grossfamilie auf kleinem Raum nur schwer zu ertragen und vielleicht ich sage jetzt etwas Persönliches von mir meine Eltern mein Vater war wie Niklaus er hat nicht gesprochen er hat sich immer zurückgezogen und als Kind habe ich das sehr miterlebt wie schwierig es für meine Mutter war einen schweigenden Partner zu haben und der erst gesprochen hat wenn das Problem schon bewältigt war und deshalb war nicht nur Dorothees es war sicher auch die ganze Familie die das mitgetragen und mitgelitten hat in dieser Entscheidungsphase Letztlich war es ein Entscheid zweier reifer, verantwortungsbewusster Menschen nicht vergessen werden darf Niklaus von Flü gilt damals mit seinen 50 Jahren bereits als alter Mann auch war spätestens seit Sommer 1467 sein ältester Sohn Hans von Flü mit Elsbeth von Einwil verheiratet und der Hof möglicherweise bereit zu übergeben Elsbeth von Einwil brachte als Tochter eines Landermanns zusätzlich Güter wie landwirtschaftlich nutzbare Flächen in die Ehe ein und ermöglichte der Familie von Flü auch einen gesellschaftlichen und politischen Aufstieg für Niklaus von Flü fiel damit auf jeden Fall zumindest teilweise die äußere Last weg für die Familie sorgen zu müssen Was können heute Ehepaare, Familien von Niklas und Dorothee lernen? Das Gespräch suchen den gegenseitigen Respekt zu akzeptieren wenn der Partner, wenn das Kind einen anderen Weg gehen möchte immer wieder hinzuhorchen diese Auseinandersetzung miteinander, untereinander und da bin ich überzeugt hat das Ehepaar Niklaus und Dorothee uns heute in der modernen Zeit ebenso viel zu sagen wie damals das erlebe ich in meinem familiären Alltag diese Auseinandersetzung es ist nicht immer so wie ich denke es sein sollte das zu akzeptieren und darüber zu sprechen Also für uns heute Familien Ehepaare ich denke dass die Auseinandersetzung um den Lebensweg um den Lebensweg des Einzelnen aber auch um den Lebensweg in Gemeinschaft als Paar dass dass da etwas von der Art wie Bruder Klaus und Dorothee gelebt haben dass das durchaus für uns heute ein Vorbild sein kann nicht Schnellschuss sondern tiefe Rungen tiefes Ringen um den Weg was ist richtig was führt uns eigentlich zum Wesentlichen zum Entscheiden im Leben was führt uns letztlich zu Gott wie wie soll unser Leben aussehen ich glaube diese Fragen die dürfen wir durchaus uns heute stellen als Ehepaar als Familie und die Antworten liegen ja nicht einfach auf dem Tisch sie müssen gefunden werden und sie müssen je anders wieder gefunden werden Niklaus von Flü kann sich bei seinem Aufbruch auf das Evangelium berufen wer um meines Namens willen Brüder Schwestern Vater Mutter Kinder Äcker und Häuser verlassen hat sagt Jesus wird das Hundertfach dafür erhalten und das ewige Leben gewinnen Papst Johannes Paul II. meint zu diesem radikalen Schritt Niklaus von Flü ist ein echter Zeuge Christi ein Mensch der das Evangelium bis zu seinem letzten Wort verwirklicht hat ehren wir auch seine Frau Dorothee in einem durchlittenen Entschluss hat sie ihren Garten freigegeben zu Recht trägt sie den Augenfehler das heroische Lebenszeugnis des Bruder Klaus mit Dorothee ist für mich wie man so sieht eine super Frau weil die den Mann einfach gehen hat lassen das sehe ich auch bei meiner Frau so die lässt mich auch auf die Wallfahrt gehen also ich habe eine Landwirtschaft daheim ich muss ja auch schauen dass der Hof weiter läuft dann kann ich auch den Motor abschalten irgendwie und darum bewundere ich die auch dass die die Landwirtschaft weitermachen kann der Dortmund ist zwar sicher eine andere Zeit gewesen von der Bearbeitung her aber trotzdem ist in der Landwirtschaft immer viel Arbeit zum tun Doch gibt Dorothee ihren Mann nicht nur frei vielmehr unterstützt sie seinen neuen Lebensweg eheliche Liebe bedeutet sich auf einen Menschen einzulassen ihn bedingungslos anzunehmen und den Ehepartner darin zu unterstützen dass das was in ihm steckt lebendig werden kann wie Niklaus von Flü später betonte betrachtete er die Zustimmung seiner Frau und seiner Kinder als eine von drei grossen Gnaden Gottes Dorothee soll ihrem Mann einer Überlieferung nach sogar sein Eremittengewand gesponnen gewebt und genäht haben und sie hat nun so wie Niklaus früher zu ihr geschaut hatte hat sie jetzt dafür gesorgt dass er im Ranft auch die notwendige Basis hatte um im Frieden zu leben Papst Johannes Paul II. hat bei seinem Besuch im Ranft von Bruder Klaus und seiner heiligmäßigen Frau Dorothee gestorben der Kontakt zwischen Bruder Klaus und Dorothee war nach seinem Weggang 1467 recht rege Zwar ist Bruder Klaus nie mehr vom Ranft nach Hause gegangen aber die Dorothee war sehr oft mit den Kindern bei ihrem Ehemann und Vater um bei ihm Rat zu holen im Ranft unten von daher glaube ich hatten sie vielleicht mehr Kontakt als viele Ehepaare wo entweder die Frau oder der Mann als Manager oder Managerin irgendwo arbeiten und oft nur wenig Zeit für die Familie haben über den Tod von Bruder Klaus haben wir zwei alte Quellen einerseits Hartmut Schädel das ist ein Arzt aus Nürnberg und der Verfasser der ausführlichsten oder der bilderreichsten Chronik des Spätmittelalters und er schreibt und Niklas von Flue erhält eine halbe Seite in dieser Chronik das ist mit Abstand am meisten Platz aller heiligen jener Zeit das zeigt auch seine große Bedeutung Hartmut Schädel schreibt am Schluss erlöste ihnen weicher Schlaf dem gegenüber schreibt der älteste oder erste Biograph auf einer offiziellen Biographie Heinrich Wölflin aus Bern schreibt am Schluss seines Todes hätten ihn starke Krämpfe geplagt und erst nach längerem Leiden sei seine arme Seele erlöst worden sein sehnlichster Wunsch in dieser Woche des Leidens vor seinem Sterben war es die Wegzehrung zu bekommen oft versteht man ja falsch viele Leute meinen oft das Sterbesakrament sei die sogenannte letzte Ölung von der man früher so gesprochen hatte wir nennen das heute richtigerweise Krankensalbung aber die Wegzehrung ist die heilige Kommunion als Nahrung auf dem Weg zum Himmel und das war Bruder Klaus in dieser Woche der sehnlichste Wunsch Christus im Leib und Blut zu empfangen die Dorothee war nicht dabei beim sterben es wird sogar berichtet dass sie dann zum Grab von Bruder Klaus kam und ihm dort begegnet ist als verstorbenen Ehemann und sie soll dann einem Boten begegnet sein der ihr gesagt hat er habe im Flörli Rampft oben eine Begegnung gehabt mit Bruder Klaus strahlend sei er dahergekommen mit einem Banner in der Hand mit der Bärentatze auf der Fahne und das sei ein Zeichen des Sieges und sollte zum Ausdruck bringen der Bruder Klaus hat den Sieg errungen der Bruder Klaus die Nachbarn die Zähler die Nachbarn und das Oberhaupt der Familie, nicht der älteste Sohn, sie, die Mutter, die Grossmutter, die Flöli-Bäuerin, sie war die Person, der der Engel, diese Ehre, oder der Gott, diese Ehre zuteilwerden lässt. Jawohl, jetzt ist Niklas von Flöhm Himmel, er hat seinen himmlischen Frieden gefunden und du bist auserwählt, dies hier unten zu wissen. Also zeigt eine unerhörte Hochachtung, die sie in der Gemeinschaft genoss, und die ihr wahrscheinlich auch deshalb zuteil wurde, weil sie eben auch nach aussen seine legitime Vertreterin war. Sind Dorothee Wies und Niklas von Flöhm ein heiliges Ehepaar? Von der Beifahrtsleitung gibt es hier Bestrebungen, die Verehrung von Dorothee Wies zu fördern, weil die wäre ja wichtig. Und darf man die überhaupt fördern? Oder muss man die einfach zur Kenntnis nehmen? Und nimmt man die hier zur Kenntnis? Gibt es so eine Verehrung? Ich war immer der Meinung, man dürfe jemanden erst verehren, wenn jemand selig gesprochen wird. Ist mir dann erst im Laufe meiner Aufgabe als Bruder Klaus und Kaplan bewusst geworden, dass nicht die Verehrung erst bei den seliggesprochenen, sondern die liturgische Verehrung, das ist nochmal so ein Unterschied, darf erst nach einer seliggesprechung erfolgen. Als ich mal einen Gottesdienst von Kirche in Not besuchte, in Luzern, war auch der Nunzius. Ich habe ihn in Sakristei begrüsst, wir kannten uns nicht. Als ich meinen Namen gesagt habe, hat er sofort, wie aus dem Kanone, geschossen, gesagt, ah, Sie sind doch der, der die Dorothee heilig sprechen will. Das können wir nicht in Rom machen, das müsst ihr in der Schweiz machen. Es gibt noch viel zu wenig Verehrung von Dorothee. Und dann habe ich gesagt, aha, dafür kann ich schon sorgen. Und dann später, bei der Feier letztes Jahr, der Feierlichkeiten zum Jubiläum, habe ich auch mit Kardinal Korkoch gesprochen darüber. Und er hat mich auch ermutigt, die Verehrung von Dorothee zu fördern. Und da sind wir jetzt schon dran. Und das ist mir ein Anliegen. Und dazu kommt für mich eben auch, dass ein heiliges Ehepaar höchst aktuell wäre, so wie es Bruder Klaus und Dorothee waren, höchst aktuell wäre. Aber in der heutigen Zeit ein heilig gesprochenes Ehepaar, von einem Bauern-Ehepaar, die beide einen eigenen Weg gegangen sind, das wäre einzigartig. Und ich denke, als Vorbildfunktion für die heutigen Ehepaare enorm wertvoll. Wenn ich keine Steuze schliesse, leck mir noch, dass ich blieblich bin. Wenn ich selber nimm abgniesse, bin ich blieblich mächtig sein, Herr Gottes, das blieblich ist für dich. und ich bin blieblich. und ich bin blieblich. Und ich bin blieblich. Und ich bin blieblich. Untertitelung. BR 2018